Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich denke ich weiß schon wie es zieht das ist das nicht und wir schauen nachdem ich mal ein Fahrzeug mag lieber ein ähm, ein abgespäßt ein super Auto ich will da schon der, oh in meiner Schatzkammer und ich sehe sogar auch hin Ok, oh. Ich hab schon gefunden Ok Also, man sieht was da jetzt drin ist Ein Speer Mag es schon Okay, dann schaue ich mal, was bei der nächsten Droh ist, und da war, oh, ein Vogel, oh, nein, 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 bitte fliege nicht weg, 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 oh, den Angstschuhgerson, oh, okay. Dann sehen wir es halt später, und bis dann, also mal sehen, wie es bei der anderen Droh ist. So, da sind wir eigentlich, das ist eigentlich einmal runtergerutscht, ich würde am liebsten gerne die Sicht verändern. Dass es im Grund nicht geht, und dort ist mein Freund Schieb. So, ich habe jetzt alles mögliche jetzt wieder gerichtet, ich habe keine Ahnung, wieso das nicht mehr weiter aufgenommen hat, und ich habe jetzt keine Ahnung, wieso die Grafik jetzt auf einmal so schlecht ist, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Also, ich bin jetzt in den nächsten Level gekommen, und ich bin auf dem reißen der Bauer abgekommen. Ich erzähle es jetzt auch einfach einmal, weil bei mir jetzt auf einmal die Sachen zu selten wurden, dass ich die Logik nicht mehr geschafft verstehen kann. Moment, die Kisten, die sind ja ganz anders. Ah, so kann man rauf. Okay, ein Lebkuchen, ähm, Schatzkiste, okay. Ist da. Na gut. Wo gehen wir als erstes hin? Das erste ist gleich hier. Ich denke, ich weiß, wo du hin willst, jetzt muss ich sie verschoben. Okay, ich müsste so eine Ebene finden, wo ich sie ziemlich gut, ähm, sind kann. Es sei denn, die einzige Möglichkeit ist, bauen. So, nicht runter. Moment. Wie bewähren Sie sich etwa ernsthaft, wenn Sie nur einen langen und bestimmten Fleck, oder wie ist das? Okay. Und, woopst. Okay, jetzt kommt er irgendwie... Oh, dort kommt er so raus. Moment. Warum... Oh. Es gibt nur eine Möglichkeit, es auszufinden. Nimm die hier. Und man muss... Ich muss... Okay, jetzt ist er in der Gegensatz anders, okay? Kann ich das? Ich kann diese Dinger wissen ja nur bis hier. Okay, der hat es sehr getroffen. Okay. Ich muss sehen, was das hier jetzt macht. Okay. 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 Sie trotten das selber. Ich stehe schon. Leute, ich nehme nicht umsonst diese Ersatzherzen. Also na gut, was gibt es denn noch? Irgendwo noch eine Herausforderung oder? Warum wird es gerade jetzt bei mir angezeigt? Ah, versteh schon. Und sie haben meine Kartendecke aufgefuttert, sie immer wieder selbst aufzubauen. Die Gegenstände, die du für diese Mission brauchst, sind definitiv ganz in der Nähe. Halte danach Ausschau. Guck nach oben. Guck nach unten. Guck gerade aus. Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Guck gerade aus. Guck mal. Guck gut. Guck mal. Und da ist noch was vor. Diese lässigen Bären haben mein ganzes Haus aufgegessen. Wissen die denn nicht, wie lange es dauert, ein Nähkuchen auszubauen? Nope. Moment. Ist es etwa das, was ich mir gerade denke? Moment. Okay, jetzt kriegen wir ein Eis. Diese Lolli-Sorte mochte ich noch nie. Überrasch mich doch mit einer anderen Farbe. Welche Lolli-Sorte? Au! Okay. Ja. Ja. Es gibt Erdoft, Regenbogen, Farbe. Ja. Genau. Okay. Ein Notenklavier-System gibt's ja auch so. Okay, was ist das hier? Ja. Das ist das hier. Ja. Absolut. Ich find's was passiert. Aber was ist das hier? Ist das hier der Krass? Du hast hier erst in der Woche. Hier die Kassel-Evoerte nachher. Was ist das hier? So, jetzt haben wir drei. Was möchtest du? Ich habe mich schon abgemacht! Kannst du nur welchen für mich suchen, damit ich mit ihnen spielen kann? Ein Glück, dass ich welches kann. Was kriegen wir jetzt? Ein ungefallener Salz! Okay! Die nächste Version, die wir jetzt suchen... Warte, wo ist mein Auto? Oh! Ist das ein Schatzkanzler? Oh! Hier geht wir, oder? Ja, nicht! Etwas hat man hier in allerliebsten Lolli aufgegessen! Auf den hatte ich mich so gefreut! Okay... Ein Lollipop, okay... Warte, ich könnte doch eins machen, was ihr noch nie im Leben gesehen habt, oder? Ihr habt noch nie gesehen, ein eckigen... Sieht besser aus, als der andere, der mit mir floren ging. Mach ruhig noch weiter, wenn du möchtest. Ach so, ähm... Habe ich gesagt, keinen Bock mehr. Aber danke! Oh, durch den Herz haben wir eine größere und weitere Wasseratmung. Drei mal nicht! Also hier schaffst du nichts zumachen... Oh da! Also hier schaffst du nichts zumachen. Okay. Okay, dann gehe ich einmal dorthin. Zumindest, ähm, dann reite ich hier drauf hin, auf die andere Seite. Nice. Okay, das sitzt ja im Wasser. Also, was ist das Problem? Also, auch wieder das, oder? Ja, gut. Okay, ja, ja, das ist selber. Und... Okay, ähm, los. Ich stimme wieder dasselbe, oder? Oh, ähm, sind wir jetzt schon verwegen? Okay. Dann wieder einmal dasselbe, oder? Mit dem Quest, oder? Ähm, sie weiß schon, dass sie mir kein Kolben entding gegeben hat. Okay, der rennt mir, also der Hoppeteilbruch mir hinterher. Na, warte. Geh ich einmal mit ihm. Ich bin... Ewww! Aber warte, glaube ich, noch mal. Fakken mit Todner Steiner. Wie gesagt, hier ist das Problem. Oh, es gibt ja eine Schatzkarte. Zumindest eine Schatzkammer. Oh, es gibt ja eine Schatzkarte. Okay, das war jetzt ein bisschen knapp, oder? Jetzt müssen wir sehen, ob es jetzt nicht sind. Moment, ich sehe eine Schatzkarte, eine Schatzkarte, eine Schatzkarte, eine Schatzkarte. Jetzt habe ich noch nichts gekannt. So, überhaupt noch gar nicht. Okay, es hat... Das heißt, ich muss einen Abend dann in den... Aber da aus, ja. Ich versuche schon den ganzen Tag mir an einen Fisch zu angeln, aber keinem beißt. Gehst du mir? Ah, ich habe einen Fisch. Und gleich... Und das ist mein Kumpel Charlie. Mein... Charlie... Charlie Braun. Zumindest der Name. Ich rate dich hier einfach so. Okay. 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 Oh mein Gott. Okay. Okay. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Oh, oh, oh. Okay, und was bekomme ich? Und der waschelt einfach wie ein Piegenbrenn. Einfach so. Geld. Einfach Geld. Okay. Ist der Halt oder was? Ja. Moment. Ich kann ja bei einem bestimmten Radius doch umlenken, oder? Ja. Satteln erkannt. Das bestimmt zu erkennen. Okay. Okay. Genau. Ich hätte mal erwischt. Okay. 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 Da kommt mir einfach her. Oh, da hinten gibt es also jetzt wieder was. Die Echse. Okay. Ah, verstehe ich schon, oder? Peter kann sich einfach nicht beherrschen, wenn er Rührkuchen sieht. Er hat sich sein Permeer gegessen. Kannst du ihm vielleicht helfen? Ja. Ja. Ja, kann ich. Und sicher mache es ganz anders. Ganz anders als was ihr es kennt. Ganz anders als was. Ich weiß ja nicht, der Rang ist. Navigierender Bauer. Navigierender Bauer. Fantastisch. 30 goldene Steine. Deine Belohnung wartet bei der Rakete auf dich. Mit der Greifhakenkanone kannst du durch die Welt sausen wie nie zuvor. Kann ich auch Spiderman werden? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hoffentlich geht er gerade vor. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und dann? Oh! Okay. Okay. Also, ich finde es nicht mehr so. Er hat nur begrenzte Reichwelle. Er hat nur begrenzte Reichwelle. Er hat nur begrenzene Reichwelle, er wurde nicht ausgewickelt. Er hat nur begrenzt. Er hat nur begrenzene Reichwelle. Er hat nur begrenzene Reichwelle. Halt die Fien, wie geht's? Du bist ja auch wieder an der Stadt. Also, erstmal sehen. Wohlahle, das könnten wir. Ja, das habe ich schon gemacht. Moment. Wohlahle, kommt immer noch einmal. Was heißt also? Ich muss dich verwenden. Wohlahle, kommt immer noch einmal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017